Herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis am Bundesplatz, Ihrer kompetenten Zahnarztpraxis für schöne Zähne und Mundgesundheit, zentral in Berlin am Bundesplatz 12a. Unser junges und dynamisches Team ist stets bemüht, Ihren Zahnarztbesuch so kurz und angenehm wie möglich zu gestalten. Wir sind eine moderne Zahnarztpraxis, in der Herzlichkeit, Professionalität, fachliches und technisches Know-how harmonieren. In unseren hell und modern eingerichteten Räumen können Sie ohne Hektik und Stress bei kurzen Wartezeiten ein Cappuccino genießen, sich in der Lounge-Atmosphäre zurücklehnen und lächeln. Ihr Wohlbefinden ist unser höchstes Anliegen. Dementsprechend investieren wir fortlaufend in die neueste Technik und Ausstattung. Gut und modern ausgestattet, betreut Sie unser professionelles Dental-Team in allen Bereichen der Zahnmedizin. Alle Behandlungsmöglichkeiten sowie Verfahren besprechen wir mit Ihnen vor Behandlung gerne ausführlich und persönlich. Auch moderne Verfahren wie zum Beispiel Veneers kommen bei uns zum Einsatz. Dabei werden hauchdünne, lichtdurchlässige, individuell gefertigte Keramikschalen an Ihren Zähnen befestigt und bieten eine optisch wirkungsvolle Verschönerung der Zähne. Dank digitalen Röntgen- und Lachgassidierung können wir eine schnelle und schmerzfreie Behandlung gewährleisten. Unser breites Leistungsspektrum umfasst die gesamte konservierende Zahnmedizin sowie ästhetische Zahnmedizin. Zu unseren Behandlungsschwerpunkten zählt die Ästhetik. Hochwertige, vollkeramische Restauration, Bleaching und die Prophylaxe sind nur ein kleiner Auszug aus unserem Leistungsangebot. In einer angenehmen und entspannten Atmosphäre werden Sie von einem eingespielten Team von Spezialisten beraten und behandelt. Kaum jemand besitzt von Natur aus weiße Zähne. Ein strahlendes Lächeln gehört einfach zu einem gutaussehenden Menschen dazu. Hässliche Kaffee, Tee und Nikotinbelege passen hingegen nicht ins Bild. Eine bekannte und effektive Methode um weißere Zähne zu erhalten ist das Zahnbleaching. Die Zahnoberfläche wird dabei nicht angegriffen und die Zähne werden schonend aufgehellt. Bei der Qualität gehen wir keine Kompromisse ein und stellen hochwertigen Zahnersatz, darunter Kronen, Brücken, Inlays und vollkeramische Restaurationen in unserem eigenen Labor in Berlin mit den neuesten technischen Methoden und unserem langjährigen Know-how aus diesem Bereich her. Sorgfältige und saubere Anpassungen an ihre individuellen Bedürfnisse sind dabei selbstverständlich. Daher arbeiten wir bei Zahnersatz mit moderner Laser, Vermessung und Scantechniken. Handgefertigte Implantatmodelle und Zahnersatz können wir dank 3D-Modellagen des fertigen Produkts überprüfen und genau auf die vorhandenen anatomischen Gegebenheiten abstimmen. Wir arbeiten Hand in Hand eng mit unseren Zahntechnikern zusammen, um für sie ein optimales Ergebnis zu ermöglichen. Perfekte Ergebnisse sind das, was wir für unsere Patienten leisten möchten. Wenn sich unsere Patienten wohl, gesund und schön finden, haben wir unsere Arbeit richtig gemacht. Daher sind wir bei langanhaltender und ästhetischer Zahngesundheit ihr Partner für höchste Ansprüche.